Eiscreme Mr. Whiskus Das ist Miss Clunga Oh, mein geliebter Kater ist weg Tut mir leid, aber... Oh ja, wissen Sie das? Ich meine, haben Sie nicht Dutzende Katzen? Aber keine ist wie Mr. Whiskus Also wirklich, wenn ich in der Nachbarschaft hervurschreiten würde, jedes Mal, wenn ich spazieren gehe, käme dazu gar nichts mehr an Du verstehst das anscheinend nicht Mr. Whiskus ist ein besonderer Kater Er hat in seinem neuen Leben schon die ganze Welt bereist und Glück gebracht, wohin er auch kam Aber immer dann, wenn er einen Ort verlassen hat Kabumm! Kabumm! Wird das Dorf von einem Fluch eingesucht Na ja, und hier wird es eher in einer Vorstadt gehen und nicht in einem Dorf Es ist dasselbe und derselbe Fluch Es wäre besser für euch, wenn ihr ihn findet Na gut, also danke vielmals Miss Crona Aber jetzt müssen wir wieder rein Äh, wir müssen diese Sache zu Ende bringen Stimmt's Leute, diese, diese Sache? Oh, ja, richtig, diese, diese Sache Hä? Äh, ich meine ja, richtig, diese Sache Diese Sache, genau Ja, diese, diese Sache Oh nein Leute, sie tut mir so leid Sollt ihr ihr Suchen helfen? Und der Spinnerlieger beitreten, soll das ein Bit sein? Das Einzige, was verflucht ist, ist die arme Miss Crona Tja, sie sollte sich vielleicht mehr mit richtigen Menschen treffen Ihr seid sicher, dass es keinen Fluch gibt, oder? Oh, Leodor, was soll das? Oh, der grausige Miepse-Katzen-Fluch wird uns alle holen Oh! Alles in Ordnung? Nein! Wir, wir haben einen Katzen-Fluch, Dave Ein, ein was? Mr. Richard ist verschwunden Und jetzt ist das ganze Dorf verflucht Leodor, so etwas gibt es nicht Ja, das war mein Rücken Oh oh, es geht schon los mit dem Katzen-Fluch War alles okay denn? Ja, keine Sorge, alles in Ordnung Das geht schon von selbst wieder weg Ich seh mal nach der Sicherung Nein, lass uns lieber nicht allein Wir, wir kommen mit